Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Benefit ONE und ja, ich kann... Was für Schwanz? BUUUUUH! Na ja, hier... Wer hat mir den Panzer geklaut, der Penner? What? Wie hat er den geklaut? Weiß ich nicht. Irgendwie hat er den Hänger und dann war er auch einmal weg. Ja. Ah ja. Schon wieder! Tricks Game. Ich hab jetzt ein Flugzeug. Ja, vielleicht bei dir. Ich flieg zu G. Oh, leider! Hä? Was? Warum bin ich jetzt? Das ganze Spiel ist einfach der verpackte Müll. Ja, toll. Jetzt fährt der kleine Poppelpanzer irgendwo an der Ecke und kennt da eine halbe Ewigkeit. Ich seh da ein paar Gegner unter mir. Da unten ist ein schwerer Panzer und ein Landkreuzer und da fährt ein Auto. Oh, da ist ein Auto! Komm, das kreffen wir ein! Ich fahr direkt. Ich fahr direkt. Wir wurden halt einfach... Was ist das denn? Artilleriewagen mit einer Flak! Na klar! Und sowas musst du natürlich denken, dass da einer mit einem Arti-Wagen mit einer Flak steht, der uns halt direkt am Anfang wegfickt. Oh Gott, ist das ja auch da? Ja, ich bin an deinem scheiß Flugzeug gestorben. Ach, du bist doch noch die Joy! Ja, ich saß bei dir drinnen rein zufällig. Ja, das war aber dumm. Jetzt schläge ich hier bei Misa auf dem dicken Ding da oben an der Kanone! Der Driving-Skill ist dope. Der stärker und überaus. Ja, der Ghost ist damit dabei. Freue ich mich. Die Operation ist ein Flammschützen-Kit verfügbar. Na komm, ein Gegner jetzt. Gut, dass es sie down ist. Ja, aber instant. Ja, zwei ist nix. Ja, weil... schnitzel ist. Wie ist denn der auf den Sinn? Oh, lol! K.I. Schoss hat er mich kalt gemacht. Der steht halt in dem rechten Turm, wenn du zu C guckst. Ich weiß. Und der hat mich mit dem K.I. Schoss gekillt, damit... Damit er mich halt auch ja killt, weißt du? Boah, ey! Geht schon mal gut los. Ich spiele jetzt erstmal nicht mehr mit der scheiß Hellriegel, Alter. Die Automatik ist echt f*** zu OP, habe ich gemerkt. Ist er. Weil... Oh, kommt, schwerer Panzer! What the fuck! Das ist halt so unglaublich, wie schnell die straighten. Oh, Panzer. Nein. What the fuck! Da war der jetzt von hinten oder von vorne? Oder von beiden Seiten? Ne, ihr habt ja eher von vorne. What? Hä? Oh, gut, dass mein Haus eingespritzt ist. Mein Haus. Ja, der Turm, in dem ich grad saß. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen, ich bin grad reingelaufen. Weißt du, wenn du grad hochklettern und auf einmal krieg ich so übelst den Damage... Gebäude weg. Ähm. Wo ist er denn? Was? Achso, der steht ja gesagt. Ist das? Toll. Oh, Leute! Ey, willst du mich... Was? Der steht da drinnen? Wow. Wo? Ich bin nicht... Das war... Wo? Oben oder was? Ne, ne, der ist tot. Der zweite Turm, der jetzt auch grad gespringen hat. Ja, ja. Ich bin halt reingelaufen. Wow, what? Der stand hier in der Ecke mit C4. Hier die Leichter. Komm, Bomber, 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 Bomber! Ich überlebe es! Ich überlebe es! Ich überlebe es! Ich überlebe es! Da oben schon noch ein Sniper bei... Der kämpft da oben. Der ist dann mit dem Auto hingefahren. Ey, was soll denn das? Ich war nur wieder tot. Scheiße. Oh, jetzt kommt hier ja noch Gas! Dann kann ich wieder nicht Sniper! Woher, Mann? Dass sie 10 Millionen Menschen aufzählen? Das ist jetzt schon wieder... Hey! Boah, what? Das ist really a kill. What the fuck? Wo kommen die alle her? Weil unsere Panzer wieder irgendwo rumcampen. Als sollen wir ein bisschen Action zu machen. Genau das ist der Punkt. Das ist das, was wir auch antachten. Die schlafen sich mit dem Panzer und campen irgendwo am Arsch der Welt. Dann schießt du irgendwas von hinten an. Wir haben übrigens A verloren. Das Bom haben wir noch bei A. Bomber, Pickgate. Mit 200 Billionen Service da. Ne. Soja, entweder hast du halt die übelsten... Bobs, die halt mit dem... Wo krieg ich denn hier Gas schaden her? Willst du mich ja... Ah, warst? Oh, Loll! What the hell? Das hier 10 Millionen Gegner sind. Er hat mich jetzt noch nicht damaged. Ich hab grad ne Granate bei A reingeschmissen. Und hab das ab die Munition und das Geschütze damit zerstört. Und hab mit dabei kämen. Alles klar. Nja. 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 Stirb du, Bot. Boom, boom, biedadabum. Nja. Rennie, Mac, Redneck. Und wot der fuck. Das Name, so. Nein, Medic. Einfach nein. Habe ich dir das erlaubt, deinen ganzen Mates wieder zu beleben? Du Spast. Mit der Pistole vor allem. Was ist das für eine Pistole? Ja, weil ich den er... Den Typen, den er wiederbelebt hab, erst mal mit der... Ne, ich hab den Medic erst mit der Automatik umkillt und dann den... Typen, den er wiederbelebt hat mit der Pistole. Warte. Alter, was sprayt mich denn hier so an, Mann? Was? Was? Bis 19 Uhr? Was? Au. Fuck. Die Kopftreffer mit der MP. Hängt so jetzt schon seit 4 Tagen dran, Alter. Ja. Oh, ich muss immer mal Vorherrschaft spielen und Operationen. Bäh. Oh, ich muss immer mal Vorherrschaft spielen und Operationen. Bäh. Oh, ich muss immer mal Vorherrschaft spielen und Operationen. Oh. Also Vorherrschaft finde ich halt ein bisschen... Widerlich. Hast du Vorherrschaft? Nur mit den 3 Flaggen. Oh, irgendwas zu punkten, gell? Ja, ja. Oh, lol! Juuuuh! Ich hätte hier so einen krassen Headshot machen müssen. 72 Schaden. Es gibt es nicht. Was ich heute für Trickshots gemacht hab hier, das war wieder der Hammer, ey. Zum Glück ist das alles in den Folgen drin. Keine. Ah. Wieder 5 Mann um mich rum. Oh, lol. Er kämpft halt in dem schwulen Turm, ne? Welchen denn? D auf dem Linken. D auf dem Linken. D linke. Ja, und da kommen drei Leute von außen. Auf C. Außen am Vase am Rand. Und äh, laufen die... Also äh, von B. Von B. Von B. Von B sind welche? Boah, Alter, man. Tut der Hintern schon mal weh. Ist der Hammer. Oh, lol! Wo kommt der denn her? Willst du mich verarschen? What the fuck? Der... Der hat doch hier wahrscheinlich die ganze Zeit in dem Felsen gekämpft und hat gewartet, bis mal einer vorbeiläuft, ey. What the fuck? Ah, lol. Wer denn das geile Flugzeug? Alles klar. Mal aus... Out of order mit dem Flugzeug. Was ist jetzt voll oder was? Die ist bei... mit dem Flugzeug drinne. Mit einem geilen Eingriffsflugzeug. Mit einem geilen Eingriffsflugzeug. Hauptsache... Er wird halt von einer Flak... von einer ganz normalen Kackflak abgeschossen, genau so wie ich. Immer. Ein bisschen mieser. Aber er ist halt noch abgesprungen, weißt du. Ich wurde halt von dem Ding abgeschossen, na klar. Ich habe übrigens jetzt mit... Ich spiele jetzt viel mit der SMLE. Mit der... Mit der... Mit der... Mit der... Mit der... Mit der Meisterschützer. Ghost. Oh, lol. Wer hat mich denn jetzt eingehittet? Alter, er kämpft da halt mit dem Sniper. Wer... Was? Alter, wer hittet mich denn? Wer läuft mir denn da hinterher? Leute. Das sind die Mörder. Die Mörder sind schon wieder reißen. Luft das nicht in uns, Mörder! Alter! Das ist Hammer. 4, 6. Oh. F Compare auf. na gut der hier wieder mit dem Panzer rum ja es sind sofort zwei randoms drin die joint weißt du ja die warten die darf ich jetzt wahrscheinlich irgendwo hinfahren damit sie da aussteigen dürfen und dann werde ich direkt weggeschossen weil kein schwanzwerger what the fuck ja wieser ja ich hätte auch im Flugzeug bleiben können man nein Alter klingt doch mal diese Runde auf dem fucking Berg man ihr Spastis Alter man die checken das nicht ja Leute manche sind echt so ihr seid ihr Spunde auf diesem scheiß Ding da oben ich sing von hier aus weiß ich ja nicht wir verlieren Einsatz Ziel Bertha ja ich hoffe ich seh oh oh der hat kein Problem mehr oh Leute da kommt ein Landkreuz auf einer Seite oh die sind so behindert ein Kopfkopf der ein einziger Kopfkopf ein einziger Kopfkopf oh Panzer hi boys ich steh'n auf dem Panzer ich will mich rollen mein der schießt nicht drauf ich hab'n was war hinter der ey dieser jude man ich hab'n nicht getroffen ich hab'n Hauptsache die schießen halt irgendwo hin die Typen die drinnen sitzen weißt du nicht auf dem Panzer ne Die schießen hier mit Kaumuni auf mich. Oh, Alter! Immer wenn die schießen, verreißt du halt mit der Hauptwaffe überträgt. Nein! Das ist das Ziel! Alter, sind sie so kernbehindert oder tun die nur so. Warum? Eine Seite ist leer. Die rechte Seite ist leer, mieser. Wie spawnen die denn da mitten im... Achso, weil... Wie ich ihn nicht rieche. Geil! Ich bin drin. Ja. Da hat er sich grad in hier raus. Ich bin leer geschossen. Das geht immer so schön schnell bei dem Dricks Ding. Ja, ich bin eingestiegen. Der hatte nur noch die Kugel. Ja, boah. Aber der kann gleich wieder halten. Was ist das? Da hinten ist der Kinder wie warm. Der kommt hoch. Bleib stehen. Geh nochmal zurück. Oh, boah! Nee, so ein bisschen... Der ist bei F müsste der sein. Dann müsste es gleich hochkommen. Wir fahren mal hin. So, unterhalb der Heft. Naja, ich weiß. Der war ja markiert. Ja. Da sind da ein paar Leute vor uns. Ein paar. Guck, da sind so eine. Hier! 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 Jetzt wenn das der Arti-Wagen ist, der wohin da schon stand, dann ist das der behinderte Flak-Wagen. Ich glaub ne, Alter, der... Ich hab ihn mal markiert, den Eingang, der hier rüber aufzieht, ballert. Guck, da hinten steht er. Ja. Tuba Tuba-Di. Alles. Nice. Kann sich verstecken, das Arschloch. Blau, jawohl. Was? Wo bist du denn los? Oh Gott, aim, boys. Aim! Woher? Ich wollte nur einen Headshot-Kill, dann hab ich ihn voll. Wir stellen uns jetzt hier hin. Links ist ein. Ah, ne. Oh, der pennt halt, aber auch der linke Typ da an dem Ding. Da kommt der Haar-Telefon. Na ja. Wolle. Halt! Treff ihn! Hm, hab ich schon gemerkt. Ja, da ist er weg. Was? Irgendein Schicht, da wo man noch vor uns. Naja, der da unten. Oh, da habe ich ausgewichen, hast du es gesehen. Oh, da sind vier. Oh, da sind vier. Hinter dir, Sano. Oh, hinter dir. Oh, ich kann ja nicht. Ich muss gerade drücken. Oh, leih. Da ist einer. Ja. 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 Oh, da kommt der Motor zurück. Oh. Wir verlieren Einsatzziel César. Warte, was denn der vorne vorne ist? Oh, das ist ja komisch mit der HE-Görner vorne vorne. Occhio! Un-Medico-Nemico! Alter, wenn ich schieß jetzt schon mit K-Ammunie auf uns. Ernsthaft? Un-Medico-Nemico-Indivituat. Alter, ihr kleinen Huren. Oh, schwere Polster löst uns ab. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ah, die Kamulie, das Flugzeug. Oh, Leute, die Schnellheilung war gerade ready. Wtf, das war knapp. Wir hatten, wenn wir noch vier Leben oder so, in dem Moment kamen, war die Schnellheilung. Da sind wir ready. Die geht jetzt bei dem Ding hier. Alter, das Flugzeug geht mir hart auf die Eier. Ja, da vorne ist ein Artilleriewagen gewesen, glaube ich. Naja, ein Landkreuzer war da vor uns. Genau vor uns war ein Landkreuzer. Den hatte ich markiert. Der Heavy Tank ist über die Mini vorne. Oh Gott, Alter. Checken die es manchmal einfach nicht. Da kommt der Typ, der die Mini laggt hat. Das ist genau vor uns. Da ist er. Kommt der da in Schuss hält. Ah ja, alles klar. Ne, der lebt doch. Geht zurück. Naja, er ist tot. Wir müssen aber zu zäh hier. Spawnen die halt immer wieder hier. Guck mal, da ist ein Sniper vor uns. Ja, der lebt. Alter, ernsthaft. Wer schießt denn? Der Landkreuzer. Wieso fährt er denn nicht? Meine Fresse. Was ist denn das für eine Scheiße? Wo ist denn das verkackte Drecksteam? Oh, wir haben zwei Panzer? Ja, ich habe schon einen angeklickt gerade. Ich auch. Ja, aber der Heavy Tank ist halt reingefahren. Gut, dass beide wieder weg sind ey. Was ist das denn für eine Scheiße? Das hatte ich auch gerade. Ja, ich habe den einen. Hä, gehts jetzt? Jetzt kann ich ihn wieder nicht aus. Jetzt hat ihn wieder ein random. Was? Äh. Weiß Game, Mann. Muss ich ja bei dir mitfahren. Ja. Voll überzeugen. Hui. Treff ich den? Treff ich den? Treff ich den? Da oben hat der Landkreuzer. Ich zähle auch eine halbe Tausende. Alter, Hauptsache, ich sehe halt nichts mehr. Der mit dieser HE-Karte ohne vorne drin. Was ist denn denn? Wieso ist die so sch... Wieso ist die so sch... Wieso ist die nichts? Wo schießen denn? Wieso ist das Geschütz? Wieso ist das Geschütz? Wieso kann ja nicht schießen? Wie wärs wenn du mich einmal drehst? Die kann ja gar nicht mehr schießen. Alter, wie der, wie der, wie der damage der einfach mal macht! Was ist das denn? Ihr Geschütz ist kaputt, Mann. Ich weiß. Sagt doch was. Weiß ich doch. Ich hab das doch mitgekriegt. Ja, warum drehst du dich denn nicht? Und ich so... Wo ist der denn, Mann? Alter, da oben ist noch einer am Rätgeschütz. Rechts an dem fucking Felsenhauchteil eigentlich. Ich seh den nun ganz ähnlich. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Der ist super wichtig. Der, 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 der. Oh nein. Ich hab zumindest nie, dass die Schütze schnell wieder repariert. Alter, neben uns. Hinter der Mauer. Hab ihn. Jawoll. Mit der Axt. Der macht. Vor allem, ich... Ich bin so ausgestiegen, er läuft grad hinter mir lang. Oben auf den Felsen liegt einer. Ob ich den treffe? Den Sniper da oben. Komm schon. Oh Gott, der geht auf der volle Kante vor. Hä? Das Bullet Drop von dem Hauptschütz gerade. Das Bullet Drop vor allem. Das ist halt so behindert, ne? What the fuck? Das ist mal so krass, wenn du schießt. Wenn du schießt, dann verrutscht der ganze Panzer. Dann treff ich halt immer nicht mehr. Das ist so krass. Ja, bei mir fliegen die auch. Weißt du, ich zieh grade aus. Ja. Schieße und dann fliegt das Ding 5 Meter nebendran. Naja, wenn du halt schießt, dann verrutscht der... Dann drückt das den Panzer auf der Seite nach hinten. Dann geht halt mein Visier mal übelst weg. Das ist mein Hammer. Ja, meins auch. Ich verehme halt selbst deswegen. What the fuck? Ja, ich hab auf den geaimt. Genau auf ihn. Ja, ja, ne. Weil die ja schon alle verrecken gerade. Lol. Da, hinterm Stein. Ja, ja, ja. Bei groß auf deiner Seite. Hinter dem Stein. Ich seh ihn. Ja, ich mach doch eh kein Damage mit dem Ding, weißt du? Ja, die machen halt... Die Panzer sind die mega gut, aber gegen... Also dieser Panzer hier ist gegen Infanterie der größte Puls. Oh, Leute. Was? Warum kriegen wir denn Damage? Da hat der alles kaputt repariert mit dem Ding. Oh, leck nicht, ey. Da stand der halt hinter uns. Mit dem... Ich steige aus und fall einfach tot um. Ja, ja. Ich bin auch... Ich bin ausgestiegen und dann... Pfff. Tot. Ich bin tot umgefallen, nachdem ich ausgestiegen bin. Vor allem siehst du keinen auf der Map. Auf der Map ist halt kein Schwein. Die sind alle tot. Was ist das denn für ein Team? Alter, da drüben sind 10 Millionen Sniper wieder auf dem scheiß Berg. Wer ich in dem... dem oben überzähl. Der Sniperberg da halt. Wo die Spaß die ganze Zeit umkippen. Scheiß. What the fuck. Hä? Spawns, hier bist du... Leute, wat da? Wozu? Ey. Hier liegt halt einer. Die ganze Zeit angesprayt von überall Jungen. Da läuft halt einer genau neben mir. Wo ich gespawren bin. Ja, mehr als ein... Panzebüchst. What the fuck. Der Sniper mich denn jetzt schon wieder an. Weißt du... Diese Menschen... Diese Untermenschen gehen ja so auf den Keks. WOLOL! Die sitzen halt in der fucking Burg und snibbern hier auf mich drauf. Vielleicht liegt da keiner mehr in der scheiß Burg. Geil. Jetzt bombt er so weg. Nee, jetzt snib ich die Spaß, die ist weg. Von wo denn? Ich... Ich höre halt den Schuss immer noch pfeifen, aber ich seh halt keinen. Boah, Alter! Gut, dass ich ihn nicht sehen kann. Welcher ist das? Der da, Alter? Ich hab ihn markiert. Der Typ da unten, glaub ich. Du musst einen markieren. Ja, den da, den ich glaub... Wie viele Sniper hier sind! Soldato Nemico Individuato! WOLOL! BAM! Hedgeheit! What? Den hab ich gar nicht geschossen. Hey! Lachen Soldato! Der da, da rumsteht. Affen. Soldato Nemico Individuato! Nee. Du siehst, die Typen beide da hinten halt... Immer mal wie so... Wie sie blitzen. Was? Was? Nimm mal doch drauf, Mann! Oh mein Gott! Wo kommt das denn? Ich hab halt nur ein Vierfach-Zoom. Mega anstrengend. Ich seh nicht, wobei ich treffe nix. Dahinten ist er. Hab meinen gehittet? 60? Wo? Ach, da hat er liegt einmal. Ja, da... Ich weiß nicht, ob du den im Torben meinst, ne? Was? Nee, nee. Den rechts davon, den im Stein war einer. Ach so, okay. Den hab ich nicht gesehen. Da hinterm Turm rennt einer. Ach, scheiße. Ah ja. Zu krassen Bullet Drop hier. Hinter dem Turm, der ist weg, oder? Wo ist er hin? Er ist links hinten weggerannt, ja. Jaja. So was. Darin läuft einer. Sani liegt jetzt da drinnen. Oh Leute! Oh! Unser AMG Schütze wurde gerade weggesnapert. 9-11 Sanios 9-11. Alles klar. What the fuck? Hinter mir! Hinter... Hinter mir! Ab! Da kannst du ja ansteigen bei mir. Ich werde mich extra ausnehmen. Dreadnought ist unterwegs. Ah. Der AMG Schütze ist auch der bei einstiegen, oder was? Hier unten rennt einer rechts von, oder? Da unten sind übelst viele bei AC. Da ist doch einer. Da rennt auch der... Oh lol. Der Rücken. Ah, nicht so. Schalte mal. Ah, schieße geil. Oh boy! Panzerab, ne. Oh ja! Killhilfe. Ah shit! Welche hast du denn jetzt? Auf dir sind 10.000 Leute, ne? Welche, welche Waffe benutzt du denn jetzt? Ähm... Gute Frage. Alter. Oh, Alter. Granate! Pass auf! Wo? Oh, was? MP18. Über uns, auf dem Stahl... Lol. Was der... Schau wieder der Jude, Mann! Alter, was? Wo er... Wieser, sag's schon gar nicht mehr. Ich versuche, meinen letzten White-Shot-Kill zu kriegen, aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken. Wir haben halt da oben... Die Waffe, die ich hatte, die ist zwar... Die ist zwar super gut, aber die ist halt... Auf die Empfehlung machst du halt immer nur 72 Schaden. Wenn du dann nach D schießt, mach ich halt immer nur 72 Schaden. Da weiß ich gar nicht, welche ist denn dann besser? Aber auf jeden Fall die, die... Oder es steht ein Panzer auf dem Werk, gut zu wissen. Aber auf jeden Fall die, die am weitesten sch... Danke, Panzer, dass du mich fast tötest. Ja, die M923. Die ich... Ja, genau. Die hab ich da genommen. Und damit hab ich die auch noch die ganze Zeit angehintet, also... Der Typ da oben auf dem Werk ist down, der uns gekillt hat. Die sind halt... Ich weiß nicht, wie weit das bis D ist. Die sind halt... Irgendwann dann nicht mehr so geil. Marschweit weg. Es waren über 150, knapp 300. Ja, da ist die ja genau richtig. Die macht ja... Ja, nö. Achso, ja, gut. Die auch die ganze Zeit nur angehintet. Ja, die macht 175... Ah, 175 oder so macht die, glaub ich, bis 100... Ne, ach, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Die GW98 macht bis 150 den meisten Damage, genau. Die macht bis 175 den... Macht die... Ein safe kill. Zwischen 100 und... Ne, wie viel? 125 und 175 macht die M923. Und die ML, ja, genau. Jetzt haben wir aber keine Punkte mehr, ne? WTF? WTF? Das ist der Wahnsinn, Alter. Mega. Ja, ich frag mich gerade, wie wir überhaupt 700 Punkte erzielt haben. Wie wir das geschafft haben. Ne, jetzt? Gerade ist mir das ein hartes Rätsel. Wieso da oben schon wieder alle stehen, weißt du? Da fragst du dich doch echt. Alter, bin ich überall campen, Mann. Die rennen jetzt alle zur A. Ja, guck mal, wie sie auf dem Berg. Weißt du, du spawnst irgendwo und dann liegen schon 50 Mann an nem fucking Felsen vor dir. Ja, ja, die rennen jetzt alle zur A. Den greift Tanks an die. Jo, Alter. Ne, ja, ne, ist klar. Da stehen zwei Sniper nebeneinander. Oh, da kommt ein Tank, leu. Der Landkreuzer ist gerade bei A. Ne, was nimmst du denn auf so Mitrange? Ja, ich hab jetzt die SMLE immer. Da mach ich halt auf, auf. Das ist halt die für die kürzesten Reinkreise. Da machst du halt bis 40 Meter, glaub ich. Machst du halt alles One-Shot. Ne, der Schaden ist bis 70 Meter auf die. Das GW98 ist halt so 75 bis 150. Ja, genau, das macht auf der Anfernung. Oh Gott. One-Shots. Das nehm ich aber nicht mehr. Alles klar, da kommt der Typ wieder mit der MP18. Der geht mir so auf die Eier. Der ist halt immer hinter mir auf einmal. Da sind halt Mates hinter mir, auf einmal steht er hinter mir. Wie kann das sein? Das GW98 ist aber trotzdem mega gut. Aber das M903 hat mich halt auf richtig High-Range mit dem 10-fach-Zoomen überzeugt. Das russische Ding ist halt, ist halt zwischen dem 98 und den, äh, den SMLE. Weil das SMLE ist halt, also hier auf Armjong vorhin zum Beispiel. Ist halt das SMLE mega, glaub ich halt. Als SMLE Meisterschutz oder was? Ja genau, mit einem 4-fach-Zoomen, glaub ich. Der Typ? Ach, das ist ein anderer. Automatico. Ja, leider. Ja, leider. Ja, leider. Ja, leider. Fair Fight Band. Ja. Ich find ihn halt, auf, die macht halt, ähm, die, warte mal, wie war das denn? Die, die, ähm, ich hab grad übelst die Spaßstoffen mottet, was ist los? Hast du eigentlich aufgenommen? Ja, ja. Ja, dann bedanken wir uns für die Runde zum Gucken und wir hören uns wieder nächstes Mal. Naja, so sieht es in mich aus.